Hallo, ich bin der Lukas Kainz, Stürmer für die Red Bull Hockey Juniors und das ist Red Bull, der letzte Satz. Wie viele Feldspieler braucht ein Basketballteam? Fünf. Welches Haustier wurde in Ägypten als Gott verehrt? Katze. Was versteht man unter BRD? Ähm, keine Ahnung. Was ist Roulette? Ah, Glücksspiel. Wer war der erste gebürtige Österreicher in der NHL? Ähm, Divis. Durch welchen Film erlangte Arnold Schwarzenegger internationale Bekanntheit? Dominator. Was ist der größte Kontinent? Afrika. Hollywood ist ein Stadtteil von? Los Angeles. Wie heißt der höchste Berg Österreichs? Großglockner. In welchem Land liegt Vancouver? Kanada. Was ist eine Fata Morgana? Ähm, kann man sich was einbilden? In welchem Land liegt Sao Paulo? Brasilien. Welches Vitamin wird mit Hilfe Sonnenlicht in unserem Körper gebildet? Vitamin D. Wie nennt man ein junges Pferd? Fohlen. Stark.